Wie immer, recht herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema binäre Optionen und da speziell zu den 60-Sekunden-Optionen. Da stelle ich oben bei meinem Broker hier Option Web auf die 60 Sekunden, dann ist das hier schon voreingestellt. Du könntest auch 5 Minuten wählen und, und, und. Ich bleibe bei den 60. Hier kannst du deinen Betrag noch nach oben drehen, den du bereit bist, pro Tray zu setzen. Ich werde wieder mit der Serienstrategie arbeiten, bedeutet, ich suche mir den kleinsten Betrag, aber dafür setze ich mehrere kleine Einzel-Trades in Serie hintereinander und versuche eben so mit einem Totalverlust etwas entgegenzuwirken. Euro-Yen bekomme ich gerade hier bei meinem Tool die Meldung rein, Euro-Yen, australischer Dollar, US-Dollar, vielleicht noch aktueller Euro-Yen. Dann habe ich hier schon auf, sehe mir hier die unteren Indikatoren an und sage, okay, würde mir gefallen, so auf den ersten Blick. Euro-Yen, okay, okay. Und hier zieht die Kerze schon nach unten, bin ich schon etwas spät, aber Da hänge ich mich noch mit an Und habe gleichzeitig immer hier ein Auge auf den aktuellen Kurs natürlich beim Broker selber, hier bei dem Chat-Fenster Aus diesem Grund wähle ich eben auch immer diese Candlestick-Chart-Anzeige Und gleichzeitig bei so etwas verfolge ich immer auch hier die unteren beiden Indikatoren. Ja, es ist nicht nur irgendwie so nach reinem Gefühl, dass ich jetzt hier nur einsteige, sondern Ich habe natürlich auch immer etwas, das hier im Auge, allerdings ist das auch keine hundertprozentige Sache. Aber ich versuche mir hier noch etwas Übersicht oder beziehungsweise etwas Übersicht zu bekommen über den aktuellen Stand, wie der Trend geht oder ob es mehr nach unten oder nach oben geht dann. Okay, der erste Part Der zweite wird überprüft Im Gewinn Erster im Gewinn Zweite, beziehungsweise dritte Zwei im Gewinn Der dritte im Gewinn Vier im Gewinn Der Fünfte hat es geschafft Ja, jetzt kommen die riskanten natürlich Der sechste ist drinnen Sieben Acht Und der neunte Komm schon Auch drinnen Sehr schön Von den zehn Einem Putt Und neun im Gewinn Ein Satz Eins, zwei, drei Vier, fünf Sechs, sieben, acht, neun Okay, sehr schön Perfekt Dann Noch eine Möglichkeit US-Dollar, kanadischer Dollar Das nächste Signal US-Dollar, kanadischer Dollar Okay, hier sehen wir Der Kurs steigt nach oben Geht zum oberen Bullinger Band Geht wieder etwas rein Und, und, und Und jetzt Ist er hier oben angelangt Wieder ein Symbol Und die unteren Indikatoren Und die unteren Indikatoren Okay, US-Dollar Kanadischer Dollar Sehe ich mir hier auch einmal an Mittelband zeigt noch steil nach oben Auch der RSI hier unten Stellt sich schon Etwas waagerechter Wieder Und, nein, da Lasse ich einfach noch die Finger davon Das ist mir Hier nicht sicher genug Auch wenn hier dieses Symbol Schon erscheint Pfund, US-Dollar Euro-Yen Okay, hier bei Euro-US-Dollar Wir sehen, der Kurs geht nach unten Feld nach unten Dann zieht er wieder zum Mittelband Denn der Kurs sucht natürlich immer wieder Das Mittelband auf Da möchte er hin Und Euro-Pfund, okay Dann Sehe ich mir kurz Euro-Pfund noch an Kaum schon Euro-Pfund wäre hier das Signal gewesen Der Alarm Aber bin ich zu spät Deshalb wieder zurück zu Euro-US-Dollar Euro-US-Dollar Kurs kommt nach unten Der Euro-US-Dollar Okay Die unteren Indikatoren Würden wir Nach oben Deuten Und auch von der ganzen Situation her Könnte es passieren Dass er jetzt weiter nach oben zieht Und das tut er gerade Ich bin vielleicht hier etwas spät dran Aber das riskiere ich jetzt Denn er ist doch ziemlich stark nach unten gefallen Und Ich rechne jetzt doch stark damit Dass er dann auch wieder Kräftig nach oben zieht Okay, aber trotzdem nur 5 Trades Wenn die 5 drinnen sind Bin ich trotzdem froh Okay, jetzt wieder Das Symbol Was man auch Traden könnte Aber ich Lasse Diese zwischen den Bollinger Bändern Immer links liegen Zumindest schon mal Ein gutes Zeichen Dass er das Mittelband schon Über Ja Überquert hat Es durchbrochen hat Und jetzt nicht Daran wieder Zurück Prallt und nach unten geht Der erste ist abgelaufen Im Gewinn Der zweite Wird überprüft Auch im Gewinn Nummer 3 Im Gewinn Der vierte Drinnen Der fünfte Auch drinnen Und der letzte auch 5 Der sechste Trade 5 oder Nein Die gibt 8 Euro Euro US Dollar 1 2 3 4 5 6 6 Trades Okay Noch besser Noch besser Den hänge ich hier noch an Dann habe ich meine 10 voll Und hier Und hier 1 2 3 4 5 Perfekt Okay Pfund US Dollar Die letzte Meldung Pfund US Dollar Pfund US Dollar Eine alte Linie Löschen Pfund US Dollar Wäre hier Der Alarm gewesen Vor 2 Minuten In etwa Aber da bin ich zu spät Und auch die Kerzen Sind sehr klein Und auch die Bollinger Bänder Sehr schmal Deshalb Würde das jetzt Auch nicht in Frage kommen Okay Da tut sich wieder etwas Und zwar bei US Dollar Schweizer Franken Der US Dollar Schweizer Franken Ist hier Okay Müsste noch einen Tick nach unten Zu diesem Bollinger Band Vielleicht US Dollar Schweizer Franken Da lasse ich mir noch kurz Zeit Australischer Dollar Australischer Dollar US Dollar Okay Hat das obere Band Durchbrochen Und Würde Nicht Schlecht hier Dastehen Australischer Dollar US Dollar Zieht weiter Zieht weiter nach oben Ich frage natürlich Wie sich der Kurs Gerade entwickelt Er steigt weiter an Und unten Natürlich beim Template Die unteren beiden Indikatoren Noch Wie sich die verhalten Ob sich Die sehr stark Verändern Die RSI Gefällt mir jetzt Gerade nicht so gut Aber Die CCI Besser Und Aus diesem Grund Bleibe ich hier Gerade Stur Und setze weiter Okay Der letzte 5 Sekunden Erste im Verlust So wie das Ganze Aussieht Okay Sehr schön Diese Kerze Gerade Erster wird Überprüft Mal sehen Komm schon Okay Der im Verlust Der erste im Minus Der zweite im Gewinn Zwei im Gewinn Der dritte Im Gewinn Nummer 4 wird überprüft Auch im Gewinn Der fünfte Auch drinnen Der auch Müsste der siebte sein Acht Und jetzt sind alle abgelaufen Perfekt Der erste im Verlust Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Zehn Elf Trades Insgesamt Und der erste Im Verlust Gewesen Und die anderen Aber dann Im Gewinn Okay Hier das Zehner Paket Und Hier Das nächste Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Und Jetzt hier Diesen Verlust Tread Natürlich Noch Perfekt Idealer Zeitpunkt Um Auszusteigen Einsatz Der Umsatz Und der Gewinn Okay Rechner Dann haben wir hier insgesamt 26 Trades Ja 26 26 mal die 5 Euro Einsatz ist gleich 130 130 Euro Und jetzt der Umsatz sind die 25 Gewinnertrades 25 mal die 8,50 Euro ist gleich 212,50 Und jetzt natürlich der Reihengewinn 212 minus die 130 ist gleich ein schöner Gewinn von 82,50 Euro mit diesen 5 Euro Serien Ich bin zufrieden auf die Ja Knappe Viertelstunde Guten 10 Minuten 80 Euro Und ist auch perfekt gelaufen 25 Gewinnertrades und einer im Verlust Und selbst da Hat mir eben jetzt diese Strategie geholfen Denn sonst Beziehungsweise hätte ich hier jetzt die 55 komplett gesetzt Hätten mich die schon Ja Beziehungsweise wären die schon im Verlust gelandet Und so Hat leider nur der Erste Daran glauben müssen Beziehungsweise Gott sei Dank Das war es wieder von meiner Seite Ich wünsche euch natürlich wieder alles Gute Und viel Erfolg Macht's gut Ciao Das war es wieder von dem U.S.A.B.